Hallo. Ah, servus. Hallo Mann. Sag mal, du brauchst du auch mal eine Uniform. Ah, warum? Hat er da ja keinen Knopf mehr zu. Ja, gut, in letzter Zeit vielleicht, ob ich das euch fester. Ha, dann könnt ihr mal da noch für den Kasten und gucken mal, ob noch das da oben hängt, wo passt. Nee, da hat nichts Gescheites mehr. Nicht wahr? Ja. Hi, Dani. So, ist Paul. Guckst du mir so richtig an? Ah, sag mal, du hast ja gar nicht die Schuhe. Ich bin halt ein Schaffer, aber schwarz sind sie doch. Und den Hut brauchen wir auch gehauen. Ja, wo soll ich das wissen? Du musst halt in der Probe ein bisschen besser aufpassen. Ja, ja. Kann ich so auch mit? Ich habe gerade noch geschwind will, meinen Rock wickeln und ein Loch reinbrennt. Ah, schön, ist nicht klar. Ja, aber was soll ich machen? Na, wir haben halt noch einen Rock. Kann jetzt auch keinen anderen herzaubern. Ja, noch, was wollen wir noch machen? Über die Ernte, so einfach ist eh egal. Gut. Das tun wir wieder verflächten den Rest wieder. Ah, jetzt. Hi. Hallo Stefan. Du, sag mal, hat eigentlich deine Mutter, deine Hose da noch zu heiß gewaschen, oder was? No, aber ich weiß halt noch irgendwas. Ich kann nicht alle zwei Wochen eine neue kaufen, weiß. Ja, aber weiß ich so, wie hast du auch hunderttausendmal gesagt, dass man doch meine Hose spart sich so genau tut. Wie? Weil die lange Hose auch. Die ist nicht lang. Und außerdem, wo hast du eigentlich deinen Kittel? Oh, ich glaub, den hab ich gehofft. Ach. Saget mal, wenn ihr euch keine Hose ohne Luft. Ja, gescheite Hose kriegen wir erst, wenn wir ausgewachsen sind. Und euch nicht auch schütteln? Ich bin die Einzige mit dir. Ich hab die schwarzen. Ah, so können wir doch nicht rumlaufen. Ja, für heute wird es das auch da. Du spielst ja noch mal im Burgemeister, oder? Das tust du aber nicht laut sagen. Hallo, mein hierher wie zau. Ja. Wenn wir da so rumgucken, wir sollen das halt auch mal bringen. Neue Uniforme auch. Aber wie sollen wir jetzt auch das machen? Wer soll das zahlen? Wie sollen wir das? Ja, gut. Müssen wir halt mal Spende sammeln. Muss auch die ganzen Flecken zusammenheben. Und noch ein paar mehr. Ja. Und wie sollen wir das ausstellen? Wie soll das funktionieren? Haben wir eine Idee? Sie haben mal etwas gehört von der Volksbank im Internet. Irgendwas mit von der Volksbank. Ah ja, das hab ich auch schon mal gehört. Ja, das heißt irgendwie Crowdfunding oder Founding oder so. Ihr junge Dinger, kann grad auslaufen können, aber fast sehen bleibt das Internet. Halt einmal, das ist englisch und heißt Crowdfunding. Und das gibt es bei der Volksbank. Und wenn man das macht, dann gibt Volksbank zu jeder Spende, die wir kriegen noch ein bisschen zu. Echt? Ja. Dann machen wir das doch, oder? Oder was machen wir da? Na ja. Aber wir müssen alle mitmachen. Da müssen alle mithelfen. Leute, werden inklusive Zeit selber richtig錢. Wir müssen alle mitmachen. Wir müssen gehen. Wir müssen haben dieämänhez, um die Disney zu sein. Damit wir hier schon Münze machen. Wir müssen gehen. Hey, bullying. Wir müssenotheraargar casino und Untertitelung des ZDF, 2020